Und nun mussten sie aber doch am Leben erhalten werden. Das gehörte zur Fürsorgepflicht der Gefängnisanstalten. Und deshalb hat man diese medizinische Einrichtung gemacht und hat eben sie über Schläuche und hat sie zwangsernährt, wie es heißt, oder hat sie künstlich ernährt. Auf der Seite ist der Doktor auf einem Stuhl mit einer kleinen Krohbar. Er setzt es zwischen den Lippen, sie entfernt mit den Fingern. Dann zwischen den Zellen. Als die Zellen sind weit genug entfernt, der Medizin auf der Seite bewegt, schießt, und schießt das Lockjaw-Device zwischen den Zellen. Sie benutzen einen roten Stomachstube, die Größe der Mittelfinger. Ich bin einen Monat lang jeden Tag zwangsernährt worden. Und für mich war jede Zwangsernährung wie eine Vergewaltigung. Also, ich habe mich nach jeder Zwangsernährung absolut gedemütigt gefühlt, körperlich zerschlagen. Gibt es nicht ein logisches Problem im Sinne des, wenn der Staat sie verhungern lässt, hätten sie auch so eine große Kritik gegen den Staat gehabt. Nur anders. Klar. Ja. Ja. Ja.